Musik Ja, moin Leute und Petri Heil befinde mich hier heute am Strand bei Frederikenhof an der Ostsee. Das ist so zwischen Lippe gelegen und 1 Weißenhaus und wir wollen heute mal ein bisschen auf Bierforelle versuchen. Seid dabei, vielleicht haben wir Glück. Wir haben auf jeden Fall wunderschönes Wetter und mal gucken. Ja Leute, das ist mir gerade gelungen den ersten Fisch zu landen. Ich würde sagen, gute 45, 50 hat sie. Wollen wir einfach abschlagen und versorgen. Musik Max und Axel versuchen dann den Spirulino. Ja, die deutschen Farben haben es so quasi bewährt heute. Schwarz, Rot, Gold. Also diesen Snaps hier. Oben schwarz, unten rot und hinten gold. Wir haben gerade hier auch einige Leute jetzt auch umgebaut und siehe da, dass wieder Forelle läuft. Ich habe gerade auch wieder eine verloren. Max auch. Aber wir sind ja noch ein bisschen hier. Musik Ja, Max hat jetzt seine Geheimwaffe angebaut. Aber normalerweise sollte man das, was fängt, an der Route lassen. Musik Ja, jetzt ist der Axel auf. Ja, bitte rein. Ja, geht doch. Ha, die gleiche ist größer. Musik Ja, zwei Stück bis jetzt. Aber dafür schöne. Musik Ja, dann beschließen wir das für heute. Wir haben zwei Meepforellen und schon etliche Gebüste gehabt. Boah, sind zufrieden und ich lade euch einst, nächstes Mal wieder mit dabei zu sein. Wenn wir wieder angeln gehen oder andere Filme machen jetzt, müsst ihr mal gucken. Also, tschüss. Musik 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 Musik